In einer Machbarkeitsstudie werden Ideen und Konzepte für die historische Kratzmühle neben dem Industriegebiet in Tinnum gesammelt. Die Aktivregion Utlande unterstützt das Projekt mit 25.000 Euro in Form von Fördergeldern. In der ehemaligen Kratzmühle wurde früher Wolle im großen Stil verarbeitet. Die Aktivregion Utlande ist eine Ideenschmiede für ländliche Räume. In der Kratzmühle könnten zukünftig Konzepte, die Kultur, Landschaft, Bildung und Wohnen vereinen umgesetzt werden. Die Aktivregion Utlande ist eine Idee, die Kultur, Landschaft, Bildung und Wohnen vereinen umgesetzt werden. Die Aktivregion Utlande ist eine Idee, die Kultur, Landschaft, Bildung und Wohnen vereinen umgesetzt werden. Das war die Kratzmühle im Bedürfium. Das war die Kratzmühle in Sax 채ung Sher tokens.